Ich habe auch schon gesagt, jetzt kann ich das tun, jetzt kann ich das Problem tun. Entschuldigung, quer stehen, ein Lastwagen ist gesperrt und dann auf dem Autobahn zubringen. Ich habe auch schon gesagt, jetzt kann ich das Problem tun, jetzt kann ich das Problem tun. Ich habe auch schon gesagt, jetzt kann ich das Problem tun. Ich habe auch schon gesagt, dass die Türkei die Rückführung von Flüchtlingen auf der Grundlage der gemeinsamen Erklärung... Willkommen an diesem Dunstig und eben langsam fahren läuft sich heute besonders. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr unterwegs seid. Und dann gibt es ja noch die Frage, was kann ich denn noch, was muss ich jetzt noch. Am Montag gelten die neue Regelungen, die der Bundesrat erlaubt hat. Und wie haben sie die bremendsten Fragen gespeichert und zusammenbreitet, damit ihr wissen, was ihr jetzt Ende Woche... Spielen, 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 Spielen und Spielen, Spielen... ...eine W exchanged. Ich bin sehr gespannt, was ich das. Ich bin so gerne in Schärf, Spielen, Spielen. Ich bin sehr wichtig, das ist toll, hier ist es so lange, ich bin sehr schnell. Ich bin sehr jung, nicht ganz schön, ich bin sehr gespannt, wie ich bei dir, ich bin sehr jung. Geil, Alter! Witzli Schnee, wo ist der Pfad geschlittert und Anna schon eine Kette drauf machen. Herrlich! Und ich, bald keinen Diesel nehmen. Egal! Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Der Schemsektor zieht ja. Ja, ja, so ist es, Leute. Heiles Scheiss, Alter! Ja! 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 Geiler Scheiss! Ja! 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 Jaa! Ja! Ja! Das ist ja keiner! ...wird uns der Satzabgabe aus und sie dürfen uns leisten. Die anderen ausstellen, die dann mit pödellichen Einschränkungen gravieren sind. Das ist die Klinik-Vierer-Nutzungsschuss in die europäische Menschenrechtsabvention. Uns ordentliche Urteile, dass der Grünschweig ist, in Sachen Wird uns der Satzabgabe ermordet, um jetzt zu gehen und uns zu einem kurzen Kursfallskurs. Nicht scheinen, aber auch mal, und dann kommt zurück.